Die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen stellt die Kommunen vor eine besondere Herausforderung. Denn täglich kommen neue Flüchtlinge an. Die Stadt Dülmen ist derzeit dabei, zur Unterbringung weiterer Flüchtlinge einen Wohnblock auf dem ehemaligen Kasernengelände im Dernekamp als Übergangsheim herzurichten. Nach ihrer Ausschusssitzung besichtigten die Mitglieder des Sozialausschusses jetzt die bereits fertiggestellten Räume. Der Rat der Stadt Dülmen hat ja beschlossen, dass hier eine Flüchtlingsunterkunft entstehen soll für bis zu 150 kommunalen Flüchtlingen. Das heißt also Flüchtlinge, die der Stadt Dülmen zugewiesen werden. Und wir haben diesen Ratsbeschluss jetzt umgesetzt und gehen davon aus, dass das Erdgeschoss ab dem 7. September bezogen werden kann. Dort können dann 48 Flüchtlinge untergebracht werden. Und dann auf den weiteren Stockwerken, also 1. OG und 2. OG, die gleiche Anzahl, sobald dort die Restarbeiten abgeschlossen sind. Drei Etagen stehen für eine differenzierte Unterbringung unter anderem nach Religion und Herkunft zur Verfügung. Die fertiggestellten Räume wurden modern hergerichtet und enthalten ein robustes Mobiliar. Die Aufnahme von Flüchtlingen wird in Dülmen vom überwiegenden Teil der Bevölkerung begrüßt. Also wir hatten ja, oder die Stadt hatte ja eine gute Veranstaltung auch mit Bürgermeisterin Frau Stremler, wo 250 Bürgerinnen und Bürger anwesend waren und sich informiert haben. Und dort war wirklich der Tenor von fast allen, dass wir in Dülmen eine Willkommenskultur aufbauen müssen, dass die Flüchtlinge hier willkommen geheißen werden sollen und dass sehr viele bereit sind, dort mitzuhelfen, denen den Weg nach Dülmen so einfach wie möglich zu machen. Betreut werden sollen die Flüchtlinge durch eine Sozialpädagogin und durch ehrenamtliche Helfer. Das Erlernen der deutschen Sprache ist aber eine vorrangige Aufgabe der Betreuer. Ich war schon im Zusammenhang mit einer Vorbesichtigung schon mal hier. Wir haben hier auch Einrichtungsvorschläge gemacht, beispielsweise die Ausstattung der Küchen, dass die mehr Brennstellen bekommen und solche Sachen. Und ich denke mal, gemessen an anderen Unterkünften, die wir auch kennen, ist das eine gute Einrichtung. Unsere Kollegen in der ökumenischen Flüchtlingsinitiative betreiben Sprachunterricht in größerem Umfang. Das heißt also, Menschen werden unterwiesen in dem Gebrauch und in der deutschen Sprache. Dann gibt es die Versorgung mit Kleidung. Das ist auch ein ganz zentraler Punkt. Wolfgang Müller vom Flüchtlingsrat im Kreis Coesfeld schaut sich die neuen Räume an. Er kann nicht verstehen, dass andere europäische Länder Flüchtlingen den Zutritt verweigern. Das ist zutiefst unsolidarisch und ich würde sagen, das grenzt schon an Asozialität. So kann man nicht in einer Völkergemeinschaft mit Fremden, die uns um Hilfe bitten, umgehen. Insgesamt 345 Flüchtlinge fanden bisher in diesem Jahr in der Stadt Dülmen eine Unterkunft. Die Verantwortlichen hoffen, dass durch die neue Unterbringungsmaßnahme und nach der Einrichtung einer weiteren Notunterkunft kurzfristig keine neuen Zuweisungen nach Dülmen erfolgen.